Und es geht direkt weiter mit Fallout! Aber erst muss ich mein Kaugummi wegmachen. Warte mal kurz. Aber ich brauch so ein Papierchen, sonst pappe ich den Müller immer zu. Ich hab jetzt gerade keine Tüte drin. Ach Gott, was hab ich denn hier stehen? 25 Quadratmeter Dachgrö... Wir haben unser Vordach vor einem... Mittlerweile wahrscheinlich fast ein Vierteljahr. Nee, vor zwei Monaten... Haben wir... Was?! Wir haben da echt nette Waffen. Was? Haben wir unser Vordach gemacht und ich hab mir da aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Und so weiter und so fort. Das hab ich mit nem Kollege zusammen gemacht. Also der sich da voll auskennt und ich erweben halt so gearbeitet. Aber jetzt brauch ich dieses Zettelchen ja nicht mehr. Plusverschnitt, ja. Aber erst mal das alles ausgerechnet haben und dann war's doch ein bisschen zu viel. Ah, so ist es halt, ja, wie es ist, ne. Aber lieber zu viel wie zu wenig, ja. Lieber zweimal ausgemessen wie... zu viel Kram gekauft. Ähm. Ja. Sollen wir direkt den Ausputzerjob machen? Das passt grade voll, ne. Weil es jetzt hier in, 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 äh... Kackhausen ist. Aber lasst uns erst noch hier rein. Hier war... Ach, das ist die, das ist diese Clio, die da rumstopft. Ja, da schießt hier jemand in der Stadt. Oh, okay, okay, oh, okay, okay. Ach, Leute, ich hab grad so gute Laune. Es macht so Bock hier Fallout aufzunehmen am Stück. Man kann richtig reinpimmen. Voll so, äh, 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 äh. Rats mal, warum er gut geworden ist. Du siehst den Grund vor dir. Du siehst den Grund knallhart vor dir. Oh, yeah. Ba-ba-bam-ba-da-da-dam. Give me your fucking jet and your... Und so die Mühe. Ist doch Mühe. Ich will's wegwerfen. Scheiße! Ich hab die Waffe weggemacht. Dieser Gammler hat mich gesehen. Es ist, es ist, äh, ein wortwörtlicher Gammler. Was soll das? Der Hock da drin hat doch gar nichts mit dem Laden zu tun. Und er... Schnell! Der hat eben was geklaut. Ach, das ist mir scheißegal. Ja, weil ich ihn gerettet hab, den Travis. Ich hab ihn errettet. Gammler, geh weg. Ich brauch die ganzen Drogen. Alter. Kate! No. I don't need a deck about my... About my kid. Ich brauch... Ich brauch den ganzen Scheiß, der hier rumliegt. Du kannst mir den nicht einfach... Bist du behindert eigentlich? Ich geh jedes Mal nie. Jetzt steht er vor dem geilen Scheiß. Ja? Ach, du bist am Arsch, mein Freund, ja. Da gehst du da raus. Hat wohl auf beiden Seiten einen Eingang. Ich hab gehört, dass du diesen Rex Goodman vor den Supermutanten gewettet hast. Anscheinend weiß nicht jeder den Baden zu schätzen, was? Ich hab noch nie von einem Rex Goodman gehört, aber ja. Das kann nicht gut gewesen sein. Willst du mir dafür vielleicht ein bisschen Geld geben? Hey. Mann, ich hab schon ne Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn! What? Ah ja, stimmt! Wir haben doch... Hier ist doch irgendwo ein Schiff in der... In der Landschaft. Das müssen wir auch noch machen. Das ist... Das ist ne geile Mission. Das geht nicht unten ab. Da haben sie einfach ne Zelle hier drin am Schisseln. Mit Blut an der Wand. Ihhh. Total... Total eklig. So. Oh, Kate. Oh, Kate, ein Schatten. Warum hab ich... Oh Gott, ich bin... I'm a Vampire. Öh. So hab ich einen Schatten. So nicht. Total merkwürdig. Weil das Spiel jetzt meinen Körper nicht rendert. Ist ja auch... Ist ja auch sinnvoll. So rein ressourcentechnisch. Dass der Körper dann nicht gerendert wird, wenn man eben First Person ist und der praktisch irrelevant ist. Sehr, sehr gut nachgedacht. Gute Arbeit. Natürlich wär's realistischer, wenn es gerendert werden würde. Wer ist die Rothaarige? Sie hat diesen... Ich stech dir mit nem Schraubenzieher die Augen aus. Das ist meine geile Kate. Äh, meine Kate, Alter. Die ist total unterwegs. Aber krass. Woldanzug, was? Ja. Hat Stil. Ich weiß. Ja, Kate ist echt ne krasse Tante, man. Wenn du die einmal anfasst, zack ist der Finger ab. Aber nicht abgebrochen, sondern abgekaut. Verstehst du mich? Wache. Ich speichere nochmal kurz. Hahaha. Mich nicht gesehen. Da ist auch noch Zeug. Mit der verkackten Flasche. Als wenn ich irgendwie Alkohol bräuchte. Macht Alkohol auch irgendwie eine Zeitlupe oder sowas? Also, hallo, hallo. Hi. Hi. Ja, fahrenheit. Das bin ich. Ich bin ein großer Bauer. Willkommen zu unserem lustigen Spielchen. Mhm. Der Railroad anschließen. Das lass ich mal liegen. Ihr wisst ja wie es läuft. Echt schade wegen Finn. Wird mir fehlen, wenn der nächste Supermutantenangriff kommt. Mhm. Na gut. Was kann ich für unsere Neuankömmling tun? Folgendermaßen. Ich brauche ein Auto, Geld, 40 Frauen und deine Mutter. Hast du da gerade vom Institut gesprochen? Hat dir meine kleine Ansprache gefallen? Mach ich immer mal wieder, falls sie zuhören. Ich will, dass diese Sündmacher wissen, dass Good Neighbor tabu ist. In meiner Stadt wird niemand ausgetauscht. Bist du dir sicher? Kacke. Aber hey, wir haben doch gerade darüber gesprochen, was du brauchst. Also, wieso bist du hier? Ich bin jetzt gerade hier, weil ich Arbeit suche. Bin auf der Suche nach Arbeit. Nee, halt, mein Kind suche ich. Hm. Pass auf. Ich will, dass du was für mich aufklärst. Es gibt ne Menge seltsames Gerede über die Galerie Pickman. Ah. Was da oben ist Raidergebiet. Aber in letzter Zeit waren sie ziemlich ruhig. Ungewöhnlich ruhig. Schau dich da mal um und erstatte mir deinen Bericht. Erinnert ihr euch, dass da war was? Ich hab vielleicht Interesse, aber lass uns erstmal übers Geld sprechen, Hancock. Hör auf zu feilsch. Äh. Weißt du, was ich denke? Du bekommst den Standardlohn von 200 Kronkorten. Bin der Hancock? Oder lass es. Ist ja schon gut. Die Galerie Pickman abchecken. Alles klar. Cool. Aber sei gründlich, okay? Ich zahl nicht, wenn du nur mal einen kurzen Blick riskierst. Du musst rausfinden, was da wirklich abgeht. Ja, wer euch erinnert? Das ist jemand, der irgendwie die Raider abschlachtet oder sowas. Also wir haben Visitenkarten von ihm entdeckt, die verblutet waren, die bei Raidern gelegen haben, die komplett ausgenommen waren. Oder zu einem Großteil ausgenommen. Und das war schon ganz schön cranky. Halt! Man konnte noch weiter hoch. Habt ihr das gesehen? Da war noch eine große Treppe. Die gucken wir uns jetzt noch kurz an. Wo geht's denn hier hin? Ah, okay. Der lässt hier die ganzen Penner schlafen. Oh. Oh. Ja, nice. Ja, nice. Boah. Das ganze Haus bricht gleich ein. Shit. It's so kaputt. Das Haus ist so kaputt. Ey, glaub dir das sind seine... Seine Bitches? Das sind schon mal zwei Frauen. Das ist eine ganz komische Bitch. Das war's. Gehen wir runter. Kate ist schon vorgerannt. Und jetzt hab ich mir gedacht, gehen wir mal hier raus. Und dann müssten wir eigentlich auf der anderen Seite kommen. Außer ich hab mich jetzt irgendwie gedreht und vergessen, wo lang es ging. Jetzt haben wir von hier schon wieder zwei Missionen mitgenommen, waren aber immer noch nicht bei Dr. Amari. Was wir eigentlich jetzt langsam mal machen wollten. Ah ja, das ist die andere Seite. Genau. Äh. Sammy. Oh. Synth-Komponente. Ja. Das ist Synth. Hast du gesehen, wie seine Brust gewackelt hat? Kate, siehst du, dass das ein Synth ist? Kate, küsst ihn mal. Du bist so perverse, Kate. Oh mein Gott, Kate. Kate, du altes Ferkel. Ich mach ihn mal so in die Sub. Und dann wissen die Leute auch, was sie davon haben, ne? Du stehst mir in der Sonne, Mann. Boah. Und er scheißt da rein, krass. Oh, fuck. Viel Spaß damit. Hier ist ein Hotel, da pennen auch die Leute... Es passen zwei Leute auf ne Matratze. Hat das so ne riesen Matratze? Ich dachte kurz, wir wär ein Polizist. Was ist denn da hinten noch? Tja, Moin. Noch ein Lagerhaus. Hier sind Ultra die Lagerhäuser am Stüssel. Ist hier ein Aus oder Eingang? Nein. Und nein. Gut. Hier ist Doktor Amari im Memory Den. Wir gehen noch kurz in das letzte... Halt, nur noch einen Spalt. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Todesschützer. Und da liegt ne Leiche rum. Achso, wenn ich jetzt hier anfange, hassen mich dann die Leute? Warte mal, das hästen wir mal kurz. Eins. Hasst ihr mich jetzt? Nö, ich glaub, man hasst mich jetzt nicht. Hahaha, sehr gut. Todesschützen. Die haben Maschinenpistolen. Cool. Oh, die haben einen Gammler umgebracht, den ich jetzt gerade... den ich gerade gesprengt hab. Shit. Der fehlt irgendwie in den Arm, aber ich weiß nicht. Maschinen... ne mächtige Maschinenpistole. Maschinenpistolen sind, ähm... eine ganz coole Sache. Wir haben ganz am Anfang mal eine gefunden, aber da hatten wir zu wenig... Munition dafür. Die sind schon ganz cool. Vor allem, weil sie halt auch echt edel aussehen, ne? So Tommygun-mäßig. Äh, 19 hat die hier. Die hat nur 12... 45er. Was ist ein... Achso, ich kann jetzt leider hier drin nichts umbenennen, aber wir können jetzt hier hochgehen. 145er. Atomswillen. Gut, die ist jetzt nicht so stark. Ich behalte die mal einfach nur, um sie abzulegen, aber das ist eine coole Sache. Das sind coole Teile. Okay, genug gepimmelt. Wir wollten hier drüben rein. In das Hotel Rax... Rax... Raxford. Okay, Raxford. Breakfast. Gehen wir hier mal hinein. Gucken uns um. Und dann muss ich gleich nochmal eine Pause machen. Das habe ich ja schon drei Folgen aufgenommen. Und dann werde ich mal eine... lustige Femme machen. Für die Kunden da zu sein ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Volk und konzentrier dich. Hm. Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Hallo. Oh, entschuldige, mein Fehler. Ah, super. Hier mal... Ja. Du brauchst bestimmt Jet, oder? Selbstgemacht. Und zu fairem Preis. Er weiß, dass wir Jet nehmen? Jet? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das beste Zeug. Damit ist man total aufgeladen. Es ist, als würde die Schnelligkeit von zehn Leuten in dem Inhalator stecken. Ich nehme 30 Stück. Was hast du sonst noch an Camps? Naja, da wäre der medizinische Scheiß. Redex und Redaway bei Strahlenkrankheit. Hey, meinst du es heißt deshalb Redex? Das wäre echt abgefahren. Montheads sind für Eierköpfe, die ein bisschen Hilfe bei der Lösung eines Problems brauchen. Buff-out ist für die Muskelpakete. Scheiße. Probier einfach alles aus, würde ich sagen. Ähm, ich suche nach Arbeit. Gibt es hier Arbeit? Hm, ja. Aha. Du könntest echt perfekt für den Job sein. Du weißt, wer die Gunner sind, oder? Diese hochgerüsteten Söldner. Naja, ein paar von denen haben darüber gesprochen, das alte Hallucigen-Gebäude zu plündern. Ich meine, allein der Name sagt doch schon alles. Da wird es sicher Zeug geben, das der totale Hammer ist. Wenn du mir davon was besorgst, gebe ich dir 200 Kronkorken dafür. Fred, ähm, 200 Kronkorken ist schon nichts. Dein Angebot ist nicht gut genug, Fred. Okay. Sagen wir 250. Wenn ich ehrlich bin, sind 250 auch eher ein Mückenfurz. Das reicht mir nicht. Du hast doch vorhin erwähnt, dass da schon eine Söldnerbande unterwegs ist. Ja, das habe ich gesagt. So. Wie klingen 300. Da bin ich, Fredo hat, dabei. Okay, Fred. Der Deal steht. Du bist echt der Knaller. Der absolute Knaller. Kate hat das schon wieder gefallen. Kate, wie sieht es eigentlich bei dir so aus? Ah? Warte. Da ist jetzt bei der... Bist du dieser Rufus? Hier war doch halt irgend so ein Rufus. Ich mache hier nur sauber. Hotelmitarbeiter, kann man bestimmt nicht anquarten. Der Laden ist einfach nicht mehr das, was er mal war. Das Late ist nicht genau wie der, wo er war. Da ist der Rufus, oder? Ja. Was macht der? Was machst du? Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Goodneighbor. Ja. Und, was denkst du? Schöne Stadt. Scheint genau der richtige Ort für mich zu sein. Geht manchmal etwas wild zu, aber ist immer noch besser, als ich hinter den Mauern von deinem Unterkäfer. Das ist mal sicher. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen. Halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich bin meistens hier, oder im Third Rail, und trinke diese Plörre, die Charlie verkauft. Da brauchst du Teile. Ich hätte doch einen Job, falls du Interesse hast. Einen Job? Aber in Che! Wie sieht der Job aus? Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. Für mich schmeckt das. Ich hab dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert hab. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich hab mich mal etwas umgehört, und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Ähm, hast du auch Geld? Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Na klar. Wie wäre es mit 200 Kronkorken und einem Anteil vom Bier? Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Das Bier ist mir eigentlich ziemlich egal, ne? Das ist nicht unbedingt die sicherste Gegend. Wie wäre es mit einer Gefahrenzulage? Auch wieder warm. 300 Kronkorken plus Bier. Und? Übernimmst du den Job? Ja, läuft! Ich bin dabei. Super! Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe. Dem Schankos Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zu Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Mach ich dir locker. Mach ich dir locker die Maschine. Wo ist jetzt eigentlich dieser Hans-Wurst? Jetzt sprechen wir noch mit der Besitzerin. Okay. Wir haben freie Zimmer. Naja, ein Zimmer. Bezahlt mit dem Voraus. Gut, du alte zickige Dame. Kannst du mir mehr über das Hotel erzählen? Warum haben sie bloß immer Fragen? Das Hotel Rexford war früher mal ein großartiges Etablissement. Wir hatten sogar Gäste, die nicht den ganzen Boden vollgekotzt haben. Aber jetzt kommen nur noch Gestalten, die ihren Kater kurieren oder Camps schlucken wollen. Also, willst du immer noch ein Zimmer? Ähm... Wem gehört der Laden hier? Mr. Morawski. Du hättest ihn früher mal erleben sollen. Hier gab es zu der Zeit nur die besten Camps. Hübsche Leute. Oh. Und die Partys. Aber jetzt hockt er nur noch im Hinterzimmer und beschmutzt das Erbe seiner Eltern. Ich schwör's dir, wenn sie wüssten, wie tief er gesunken ist, würden sie gerade noch mal tot umfallen. Heide nein. Warum nimmst du dir nicht ein Zimmer bevor... Ist doch gut. Nicht. Ich muss passen. Dann geh. Dann geh. Ich geh gleich ins Hinterzimmer und kack dem Morawski mal auf den Kopf. Hinterzimmer? Ah, das ist Unterzimmer. Ah, hallo. Fredo, schläfst du gerade? Okay, dann geh ich mal deinen Beziger. Hahaha. Das gehört jetzt drin. Okay, locker. Top Experiment. Alles ausprobieren. Das Geheimnis eines guten Chemdealers. Erfahrung, Mann. Deshalb werde ich alles ausprobieren. Aber Chemie ist so wie Wissenschaft, verstehst du? Also werde ich über jeden Trip Buch führen. Je besser ich den Rausch verstehe, desto besser kann ich das Zeug an meine Kunden verkaufen. Ich schwör's, Mann. Manchmal bin ich so schlau, dass ich mir selbst Angst mache. Jet. Oh Mann, Jet. Deshalb wird es also so genannt. Mann, wuhu. Ich fliege, ich fliege, Baby. Hm. Mentals? Oh Mann, ich fühle mich so verbos. Ich weiß nicht mehr, was das heißt, Mann. Aber mein Gehirn setzt das irgendwie alles schneller zusammen, als ich es verarbeiten kann. Okay. Buff out. Experiment 1. Ein Brett durchgeschlagen. Ergebnis? Oh ja, das war kein Problem. Experiment 2. Zehn Bretter durchgeschlagen. Ich bin unbesiegbar. Das ist echt schon super heldenmäßig. Experiment 3. Stallplatte durchschlagen. Mann. Ergebnis? Schreibe mit der linken Hand. Muss ein, was Timberg sehr schnell hat. Ja, und Gebrauch. Psycho. Muss Rufus das Terminal wieder zusammenbauen lassen. Ich war gestern auf Psycho und hab getippt und ich... Mann, es war, als konnte ich nicht wütend sein. Ich habe angefangen auf die Tasten... Als konnte ich nicht... Nicht wütend sein. Sorry. Ähm. Ich habe angefangen auf die Tasten zu hauen. Mann. Hab sie gehauen. Gehauen und gehauen. Ich glaube, ich sollte mich mal hinlegen. Rufus, ich möchte... Ne, wie heißt du? Fred, ich möchte dich nicht erleben. Wenn du auf... Fred, was haben wir denn hier? Du darfst dein Passwort hier hinten liegen. Du bist ein Grasdackel. Du bist echt ein Grasdackel. Und du hast dein eigenes... Du hast deine eigene Toilette? Nice, dude. Nice. Das ist wirklich cool, Fred. Ist da Blut? Ne. Ach, Fred. Fred, Fred, Fred. Du willst noch einiges lernen. Zum Beispiel deinen Scheiß gescheit zu verstecken. Ich kann dir einfach alles klauen. Aluminium, du's. Aluminium ist wichtig für uns. Jetzt will ich zu Mr. Sinclair. Oder wieder... Du bleibst deutsch. Ist das das in der Zimmer? Oh ja, das ist es da, oder? Hat er hier irgendwas versteckt? Oder ist der... Ist das oben in dem Zimmer vielleicht? Ich habe jetzt eher mit jemandem gerechnet, der da vielleicht sitzt oder... Oh, okay. Hier liegt echt viel Scheiß rum. Wir haben überall Kram rumliegen. Hallo. Oh! Da war der Vertreter! Hey. Was? Nein, das kann doch nicht. Esser, das... Du bist das. Aus Century Hills, stimmt's? Wir haben gerade noch miteinander geschwänzt, nicht wahr? Moment. Hast du für Vault-Tec gearbeitet? Ich bin Vault-Tec. 20 Jahre treu für die Firma geschuftet. Und jetzt? Sieh mich an. Ich stand nicht auf der Liste. Sein fettes joine Firma! Sieh dich mal an. 200 Jahre und du siehst immer noch super aus. Wie? Wie ist das möglich? Tja, ich war kein Bastard so wie du. Im Vault gab es diese Kapseln, in denen wurden wir eingefroren. Ich bin erst kürzlich wieder aufgewacht. Was? Vault-Tec hat mir nie was davon erzählt. Unglaublich. Tja, ich habe es auf die harte Tour in die Zukunft geschafft. Ich habe den Schmutz überlebt, den Verfall und das Blut vergießen. Sieh mich an. Ich bin ein Ghoul. Ein Freak. Ein Freak war es ja davor schon, ne? Du bist ein Ghoul? Was ist ein Ghoul? Die Rest der Rampe für Strahlung, das ist ein Ghoul. Glaubst du, ich hätte einfach so, so lange gelebt? Das war die Strahlung! Das ist doch schön! Das ist doch schön! Du siehst aus wie, äh... Äh... Ja. Gut. Gibt es noch andere Ghoul da draußen? Leute von früher? Du meinst den verrückten Kent und mir ist alles egal, Daisy? Ja, es gibt ein paar von uns. Aber niemand aus der Nachbarschaft. Und niemand von Vault-Tec. Die haben mich einfach hier gelassen. Du siehst aus wie Deadpool, dude. Das tut mir wirklich leid. Ich wusste ja nicht, dass das passieren würde. Du bist die einzige Person, die ich getroffen habe von... von früher. Ich, äh... Ich... Oh Gott, ich war hier so allein. Hm? Keine Siedlung im Commonwealth will einen Ghoul mit 200 Jahren Vertriebserfahrung bei Vault-Tec. Weißt du was? Hey, du könntest zurück nach Sanctuary gehen. Ich komme dich auch besuchen. Versprochen. Wirklich? Ajo? Was? Das würdest du machen? Okay. Ich mach mich gleich auf den Weg dahin. Und ich komme dann... Wenn der Ghoul am Ende irgendwo in meiner Nähe wohnt, ziehe ich aus. Kate! Kate! Du hast... Denk doch, du bist bald tot, weil du irgendwas hast. Du hast doch irgendwas. Tripper oder sowas. Also jetzt beruhig dich mal. Wie sie direkt abgeht. Äh-äh-äh. Kate, du weißt, der Trick ist, äh... Bei der ganzen Sache, dass man sich nicht so arg beeinflussen lässt durch solche Geschichten. Also gerade du. Kate, solltest das... Oh. Was ist das? Starnislaw? Oh, nice. Dankeschön. Cool, dass du das nicht brauchst. Find ich echt nice. Und dass ich das jetzt einfach machen konnte, ohne dass ich verwischt wurde. Starnislaw. Warum penchst du da? Passt du auf irgendjemanden auf? Ist der Mr. Sinclair hier, oder was? Ist das der? Marowski heißt der, genau. Ja. Ähm. Ähm. Das war ich nicht. Wie er sich direkt umgedreht hat. Ähm. Warten sie mal kurz. Auf ein neues vielleicht? Demolition zumindest? Ah! An seinem Geld hängt er irgendwie, ne? Was ist da gerade passiert, die Kate? Was hast du gemacht? Es gefällt ihr immer, wenn ich die Leute beklaue, aber sie merkt's nicht. Also jetzt liege ich aber langsam mal hier, äh, drehe ich aber am Rad. Ich nehme mir nur die Munition. Und dann ist gut. Ich gehe ran, 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 ran. Du, du Pisser! Wirklich, ich stehe doch mal. Warum gehst du? Warum gehst du? Warum gehst du? Warum gehst du? Warum hilft dir keiner? Das ist echt ein bisschen, muss ein bescheuerter Boss sein. Es kommt keiner zur Hilfe. Alle denken sich, ach ja, der war eh dumm. Der hat mich eh geärgert. Fick dich, ich nehme dir gar nichts mehr weg. Behalt deinen Scheiß einfach. Es ist mir überhaupt gar nicht wichtig, irgendwas von dir zu besitzen. Außer vielleicht irgendwas, was in deinem Zimmer steht. Zum Beispiel ein Ventilator. Danke. Deine Zigaretten sind jetzt auch mehr. So, kommt davon. Wenn du fickst mit dem Klabauten, Mann. Ich häng mit der Gang. Aber du hängst mit der Gang, aber ich hänge mit sauberan. Nö. Oh, der hat sich gut aussehen. Du bist ein Mann von einem Bär. Beh, beh, beh. Ich geh jetzt einfach. Bin ich dumm, oder was? Will ich mir den Kopf kaputt machen, oder wie, mit deinen Camps? Ich glaube nicht. Ich bezweifle das doch sehr, mein Herr. Ich geh jetzt rüber zur Doktor Schlarafiland. Schlarafia-Aktion. Und dann schlafe ich bei der ein bisschen da. Versteht? Das ist dann gut. Die Schlarafia-Aktion. Die Schlarafia-Aktion. Zwei Matratzen. Zum Preis von Anna. Puh. Der war schon... Achso, nee. Der war schon tot, ja. Wollte ich schon sagen, der war an meinem Arm. Aber nein. Ich hab jemanden totes gefunden. Und dem den Arm abgerissen oder so. Und dann hab ich den Poopoy gehabt. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Sind hier grills? Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Mama. Aber dich würde ich nie verlassen. Hm. Aber eine Hackfresser. Hm. Alter Süßholz-Raspler. Hm. Hallo, Irma. Willst du, Amari? Sie ist unten. Ich möchte zu dir. Hey, Irma. Arma. Was ihr auch vorhabt, ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt. Okay? Metallsoftie. Das ist ja lustig. Nick? Nick. Sprechen wir mit Amari. Ich geh vor, Nick. Ich geh vor, Nick. Du bist irgendwie dumm, Nick. Ha, ha, ha. Ja. Warte mal. Du bist in der Railroad. Kennt man die nicht? Um was geht es? Ich hab zufällig das hier vor. Du kannst doch Erinnerungen aus Gehirnen extrahieren. Oder? Normalerweise dürfen unsere Kunden nur eigene Erinnerungen erleben. Um was geht es also? Wir müssen tief graben. Aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn sie mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll. Ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Es geht um Folgendes. Mein Sohn ist bei den Leuten. Ist das nicht irgendwie machbar? Was? Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es. Wir brauchen es. Ach. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Tja, moin. Natürlich. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neural-Interface? Hm. Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Ja... Genau. Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Nick, du bist ein Guder. Du bist echt ein Guder, Nick. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine... Mr. Valentine... Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, doch. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Das ist aber wirklich dumm, ne? Was kann man da machen? Warte kurz, ich hab... So, was kann man da machen? Wohl ein Witz. Wie sperrt man Erinnerungen? Das Implantat kodiert die mnemonische Aktivität im Hippocampus. Wie bei einer Computerverschlüsselung. Und wir haben kein Passwort. Wo kriegen wir das denn her? Weil sie... Ein einzelner Geist kann das nicht knacken, aber... Zwei vielleicht schon. Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Amari, da bin ich dabei. Amari, da bin ich dabei. Und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Läuft. Okay. Legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Aber... Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Deswegen... Speichern wir mal kurz. Lassen das hier erstmal ruhen. Und klauen hier noch was. Und gehen einfach... Achso. Aber jetzt... Es reicht doch nicht, um was Neues anzufangen. Ach, wisst ihr was? Ich speichere jetzt hier einfach und dann geht's hier nächstes Mal weiter. Genau bei dieser Sache. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.